Kinderkrankenpflege ist ein Teilgebiet der Krankenpflege. Sie wird von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern ausgeübt. Bei diesem Beruf handelt es sich um einen eigenständigen Ausbildungsberuf. Berufsbild Mitarbeiter aus der Kinderkrankenpflege arbeiten überwiegend auf den Säuglings- und Kinderstationen in Krankenhäusern oder außerhalb der Krankenhäuser in der Hauskrankenpflege. Sie sind außerdem in Kinderarztpraxen sowie in speziellen Einrichtungen für Kinder beschäftigt, zum Beispiel in Kinderheimen, Tagesstätten, Einrichtungen für behinderte Menschen, Kurhäusern, Kinderhospizen oder Einrichtungen zur Kurzzeitpflege. Auch ein Einsatz im Rahmen der Entwicklungshilfe oder der Schritt in die Selbstständigkeit sind möglich. Die Aufgabe des Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers besteht in der Betreuung und Unterstützung von Kranken und Pflegebedürftigen Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen. Dies beinhaltet die Wahrnehmung und Unterstützung von Bedürfnissen in Abhängigkeit vom jeweiligen Entwicklungsstadium sowie die Begleitung von Patienten und deren Angehörigen in Krisensituationen. Der Umgang mit kranken Kindern, die sich als Patienten oft nur eingeschränkt äußern können, aber insbesondere die Betreuung schwerkranker und auch sterbender Kinder erfordert emotionale Stabilität und eine sehr hohe psychische Belastbarkeit. Hohe körperliche Belastung ergibt sich aus Schicht- und Nachtdiensten. Der Frauenanteil beträgt rund 86%. Bestrebungen jungen Männern Gleichberechtigung bei der Berufsorientierung zu ermöglichen und den Männeranteil in diesem Beruf zu erhöhen werden. U.A.R. auch im Rahmen des Boys Day unterstützt. Ausbildung Die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger dauert drei Jahre. Der gleichzeitige Erwerb eines Abschlusses als Kinderkrankenpfleger und als Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger dauert je nach Bundesland bis zu 3,5 Jahre. Voraussetzung ist mittlerer Bildungsabschluss oder eine gleichwertige Schulausbildung. Auch Schüler mit Hauptschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie zusätzlich über eine abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer verfügen. In Deutschland wird die Ausbildung durch das Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege geregelt. Darüber hinaus wird insbesondere wegen der mit diesem Beruf verbundenen Belastungen bisweilen empfohlen, vor der Ausbildung ein Praktikum zu absolvieren. Berufsbezeichnungen In Österreich lautet die Berufsbezeichnung Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger. Auch in Deutschland trug dieser Beruf bis 2003 diesen Namen. Seitdem lautet die gesetzliche Bezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. In der Schweiz lautet die amtliche Bezeichnung des vergleichbaren Berufs Pflegefachmann, Frau, siehe auch, Pflegewissenschaft, AKIK Aktionskomitee Kind im Krankenhaus, Pflegekammer. Dieillogeinaku Beratung You Du Und That Du Vielen Dank.